So, da ist jetzt eine Fahrt nach Westfeld-Ollenbach, mit dem Auto. Die Aufnahmen sind aus dem Auto heraus aufgenommen. Das ist nicht gerade die ideale Strecke zum Aufnehmen, es sind sehr viele Kurven, die man eben auch vorsichtig fahren muss. Es schneit, dementsprechend ist es glatt auf der Straße. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.